Seht ihr den Felsendom, das ist nicht die Moschee und dann hier die Al-Aqsa-Moschee, da unten, weiter entfernt, unten die Klagemauer, dort hinter der Al-Aqsa-Moschee, also ich dachte man sieht es hier, wo ich jetzt meinen Finger habe, wo die Lichter sind, oben über meinen Finger, ist, was war jetzt dort wo die Lichter sind, dort waren wir heute, wie heisst es schon wieder? Ölberg? Ah, Ölberg, oder Gethsemane? Nein, Ölberg und Gethsemane, okay, dort war Ölberg, wir hörtet und Gethsemane.